Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abkratzen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Kratzt ab. Kratzte ab. Hat abgekratzt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich kratze ab. Du kratzt ab. Er kratzt ab. Wir kratzen ab. Ihr kratzt ab. Sie kratzen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich kratzte ab. Du kratztest ab. Er kratzte ab. Wir kratzten ab. Ihr kratztet ab. Sie kratzten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgekratzt. Du hast abgekratzt. Er hat abgekratzt. Wir haben abgekratzt. Ihr habt abgekratzt. Sie haben abgekratzt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich kratze ab. Du kratzest ab. Er kratze ab. Wir kratzen ab. Ihr kratzet ab. Sie kratzen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich kratzte ab. Du kratztest ab. Er kratzte ab. Wir kratzten ab. Ihr kratztet ab. Sie kratzten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Kratze ab du. Kratzen ab wir. Kratzt ab ihr. Kratzen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abkratzen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.